Hallo Leute, nach dem letzten Video über das Shalomoh, wo ich das mal kurz vorgestellt habe und ein bisschen was reingespielt habe, kam ja relativ viel Resonanz und ich habe jetzt lange hin und her überlegt, werde ich darüber eine Videoreihe machen oder nicht. Ich bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, ich werde es machen und ich würde sagen, wir fangen auch einfach mal an. Also ich möchte es auch wieder in relativ kleinen Schritten machen, aber dafür geht es dann gut voran, hoffe ich mal. Also heute lernen wir die ersten Töne auf dem Instrument, allerdings möchte ich davor noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie man das Blatt drauf macht. Das habe ich glaube ich in dem Video auch gemacht, aber nicht so ausgiebig erklärt. Dazu gibt es nochmal das Video, wie ich das Klarinettenblatt einspanne. Da könnt ihr nochmal auf die Verlinkung klicken, da könnt ihr euch das nochmal genau anschauen, wie ein Bohrblatt richtig auf dem Mundstück montiert wird. In dem Fall ist es natürlich hier andersrum, also hier ist bei der Ligatur sind die Schrauben oben. Ja, ist leider bei dem Teil so. Ich bin es selber nicht so gewohnt, dass es so rum ist, aber es geht nicht anders, außer man nimmt jetzt eine andere Blattschraube oder eine andere Ligatur, wie gesagt. Dann geht das natürlich ohne Probleme. Ja, also der Ansatz ist wie bei der Klarinette, wir benutzen die Artikulation TAR. Dazu auch nochmal, Link in der Videobeschreibung, falls ihr euch das nochmal genau angucken wollt. Und wir fangen einfach erstmal an mit dem Ton C, weil das hier in dem Fall das leichteste ist, was wir greifen können. Dafür brauchen wir den linken Daumen und den linken Zeigefinger. Und zwar der Daumen kommt auf das hintere Loch und der Zeigefinger auf das erste Loch. Okay, wir beginnen mal. Okay, der Ton müsste ungefähr so klingen und ihr solltet ihn schön aushalten immer. Ich mache noch einmal. Gut, dann kommt der zweite Ton auch schon und zwar das H. Das H wird genauso begriffen wie das C und zwar der Daumen nach hinten, der linke Zeigefinger nach oben und dann kommt noch dazu der Mittelfinger auf das zweite Loch. Okay, wir probieren es einfach mal. Gut, das müsste eigentlich relativ leicht geklappt haben. Passt ein bisschen auf die Finger auf. Also ich finde den Lochabstand hier für erwachsene Hände, naja, uneingenehm nicht, aber gewöhnungsbedürftig. Achtet darauf, rund zu greifen. Das ist auch jetzt bei dem Abstand ein bisschen schwieriger, finde ich. Und wir nehmen jetzt den dritten Ton und zwar das A. Das A wird wieder mal genauso gegriffen. Also wir gehen einfach nur einen Finger weiter und nehmen noch den Ringfinger dazu von der linken Hand und packen auf das nächste Loch. Wir probieren es mal aus. Gut, und jetzt kommen wir zum letzten Ton in diesem Video, zu dem G. Das G wird einfach nur zusätzlich dann noch mit dem kleinen Finger gegriffen. Und so haben wir wirklich von einer Hand auf diesem Instrument alle Finger benutzt. Probieren wir es einfach mal. Gut, jetzt probieren wir nochmal alle Töne kurz in der Hand nach zu spielen. Achtet wirklich darauf, dass ihr Hund greift. Es ist ein bisschen anders von der Griffweise, finde ich jedenfalls. Ja, übt diese Töne fleißig, haltet sie aus und falls ihr schon mal in eine deutsche Klarinette reingeblasen habt, werdet ihr bemerken, dass der Ton sehr leicht kommt. Also wenn ihr jetzt gerade diese Chalomo von Tupian benutzt, das hat ein Böhm-Mundstück dabei und dementsprechend auch nur Böhm-Blätter. Und die sind nun mal deutlich leichter als von der deutschen Klarinette. Und ja, das Erfreulich daran ist, man hat nicht so schwer zu tun mit der Muskulatur vom Mund und vom Gesicht. Also man ermüdet nicht so schnell. Es ist recht angenehm zu spielen. Deswegen mag ich auch Böhm-Klarinetten, wenn man ausdauernd spielen möchte, zum Beispiel mehr. Und das Instrument hier ist auch wirklich schön leicht zu spielen und man kann darauf lange auch spielen. Gut, wie gesagt, haltet Töne aus und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss! Gut, wie gesagt, haltet Töne aus und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Gut, wie gesagt, haltet Töne aus und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.